So, wir sind heute Morgen draußen, also dort stand der Lkw, hier war nichts, man hat hier unter uns einfach den Affen aufgemacht wollen. Und diese ganzen Stasi-Penner, die haben dann in aller Ruhe weitergemacht. Dort wurde das Gerüst aufgebaut. Also keiner stellt sich hier in den Auto und baut das Gerüst auf. Die machen sich keinen Kopf, sie haben ja Zeit, sie wussten Bescheid. Man sperrt das dann ab, das dadurch nicht steht und dann natürlich ganz direkt, damit sie nicht weit laufen müssen, steht der Lkw dann davor. Also, da sperrt man einfach ein paar Tage vorher ab und schreibt dann Termin drauf und so, so wird es hier in Deutschland gemacht. Und man hat das wirklich nur vorgetäuscht, um irgendwas zu machen und wir werden Ihnen das hochladen. Ich habe das natürlich aufgenommen. Es war immer so, als wenn man Gerüst aufbaut, da hat man natürlich aufgepasst. Wahrscheinlich waren das auch diese Gerüstbaupenner. Wie gesagt, diese ganze Stadt arbeitet gegen uns. Sie merken ja auch, wie ich ganz extrem betäubt bin. Da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen. Und hier sitzen die Pennerinnen immer und schreien der Nacht immer rum. Schön mit einem Aschendächer und dann machen Sie Ihren blöden Kopf auf und brüllen hier rum. Das wird natürlich alles geduldet.